Nach Tod ihres Mannes Céline Dion liebt 17 Jahre jüngeren Tänzer Céline Dion ist neu verliebt. Nach dem Tod ihres Ehemannes René Angelil Anfang des vergangenen Jahres ist die Sängerin jetzt mit ihrem Background-Tänzer liiert, dem 17 Jahre jüngeren Pepe Monos. Dies berichtet das französische Maga. Sinn, Glosser, das sogar ein offensichtliches Bild vorliegen hat, auf dem die beiden Hand in Hand und überglücklich wirkend durch Paris laufen. Anderthalb Jahre nach dem Tod von René, dem sie im Jahr 1996 Dekasekundenjahrwort gab, scheint Céline eine ganz neue Lust am Leben zu verspüren. Plötzlich kommt sie in auffälliger, geradezu extravaganter Kleidung daher und strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Ob das alles auf ihre neue Liebe zurückzuführen ist, zwischen den beiden soll es schon seit Anfang des Jahres knistern. Seit einigen Wochen zeigen sich die Turteltauben auch gemeinsam in der Öffentlichkeit. Eine Bestätigung ihres neuen Glückes gab es von Céline noch nicht, doch die Bilder sprechen definitiv Bände. Erst Ende April stellte die 49-jährige Kanadierin in einem Interview mit This Zone klar. Noch nicht bereit für eine neue Beziehung zu sein. Die Vorstellung, mich mit einer anderen Person zu sehen, ist sehr schwierig für mich. Die Liebe, die ich für René habe, lebe ich noch immer jeden Tag. In ihrem Herzen wird er zweifellos für immer sein. Dass seines Céline wieder glücklich wird, hätte er aber ganz bestimmt auch gewollt. Das ist eine andere Person zu sehen, dass sie mit einer anderen Person zu sehen, dass sie mit einer anderen Person zu sehen ist. Vielen Dank.